Prof. Dr. Bernd Galhofer, Sie leiten das Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie am Uniklinikum Gießen-Marburg. Ab wann ist denn so ein Gedächtnisproblem eigentlich ein Fall für den Arzt? Dann, wenn die Dinge regelmäßig passieren. Der Schlüssel wird nicht einmal, sondern immer wieder verlegt. Es kommen wilde Umschreibungen, weil ein Name nicht mehr einfällt. Die Orientierung geht verloren. Oma ist eine große Sportlerin, radelt zum Einkaufen, geht zu Fuß zurück und wundert sich am nächsten Morgen, wer wohl das Fahrrad gestohlen hat. Also aufmerksam sollte man werden, wenn es immer wieder kommt. Jetzt gibt es verschiedene Formen der Demenz, das klang schon an. Wie unterscheiden die sich? Also es gibt primär die Demenzen, die aus dem Hirn selbst kommen. Das Hirn geht verloren und die anderen Demenzen kommen aus dem Körper und haben einen negativen Einfluss auf das Hirn. Wenn man sich diese Alzheimer-Krankheit zum Beispiel anschaut, die ja auf ein Problem mit den Nervenzellen im Gehirn zurückzuführen ist, warum ist es wichtig, die zu unterscheiden? Also zum Beispiel eine Alzheimer-Erkrankung zu unterscheiden von anderen Ursachen? Einfach deshalb, weil wir den Alzheimer maximal bremsen können, während wir, wenn das aus dem Körper kommt, diese Krankheiten eventuell auch wirklich stoppen können. Gehen wir ein bisschen noch mal darauf ein, was Sie tun können, wie die Behandlung heute aussieht. Stichwort auch Medikamente. Was können Sie bei einer Alzheimer-Krankheit damit erreichen? Also es gibt ein sehr begrenztes Set von Medikamenten, die versuchen, die Signalsysteme des Gehirns zu erhalten und zu fördern. Diese Medikamente sind eigentlich nur sinnvoll in der ganz frühen Phase, solange noch sehr viel Gehirngewebe vorhanden ist. Umso später, umso schlechter, umso früher, umso besser bremsend sind sie. Das betrifft nun die Alzheimer-Demenz, also dann, wenn die Nervenzellen im Gehirn betroffen sind. Was passiert bei anderen Demenzerkrankungen? Zum Beispiel, wenn die Blutgefäße eine Rolle spielen. Was kann man dann erreichen? Also es gibt eine große Reihe von Risikofaktoren im Vorfeld, die man behandeln kann. Und damit kann man also de facto die beginnende Demenz bremsen, zum Teil auch reversieren. Das ist ein sehr breites Spektrum, das man da anschauen muss. Medikamente sind das eine, aber die Behandlung, die Sie anstreben bei im Grunde allen Demenzerkrankungen, geht ja viel weiter. Also, da gibt es sehr viele Dinge, die man tun muss. Das erste ist, man muss die Menschen in einem Umfeld lassen, in dem sie gewohnt sind zu leben, weil sie sich da auskennen. Das zweite ist, man soll sie ruhig langsamer Alltagsaktivitäten unternehmen lassen. Man soll sie nicht stressen, nicht fördern. Man soll nicht ärgerlich sein, wenn sie es nicht können. Und nie vergessen, es ist die Krankheit und nicht der Patient selbst. Man soll ihnen, weil ihre Emotionalität noch erhalten ist. Zukommen lassen, schöne alte Bilder aus der Vergangenheit, Musik, die sie kennen, Gerüche, die ihnen vertraut sind und die sie lieben. Solche Dinge fördern, das Wachbleiben. Herr Professor Gallhofer, was kann man im Alltag noch sehen? Wann können zum Beispiel Angehörige vielleicht aufmerksam werden? Angehörige entdecken, dass Dinge vergessen werden, die selbstverständlich waren. Sie finden zahllose Notizzettel, die verloren gehen, die herumliegen. Sie finden eine leicht verwahrloste Wohnung, weil vergessen wird, dass man irgendetwas aufräumen muss, dass man Ordnung machen muss, sich reinigen muss. Die Leute verwahrlosen etwas. Opa geht in die Stadt und sagt, er wird in einer halben Stunde zurück sein. Opa ist nach drei Stunden noch immer nicht da. Man fängt an die Freunde anzurufen und zu fragen, ist Opa denn dort? Opa ist nicht dort? Opa kommt irgendwann völlig erschöpft, spätabends zurück. Man fragt, wo warst du? Und er weiß es nicht. Also wenn sich im Grunde das Verhalten verändert, wenn Dinge anders werden, als sie über viele Jahre oder Jahrzehnte waren. Jetzt gibt es in manchen Fällen ja auch eine genetische Ursache, zum Beispiel für eine Alzheimererkrankung. Und Familien fragen immer wieder, sollten sich Kinder vielleicht untersuchen lassen. Was ist davon zu halten? Das ist eine sehr schwierige ethische Frage. Es gibt eine ganz kleine Gruppe, die eine genetische Variante hat, die es sehr wahrscheinlich werden lässt, dass ein Alzheimer in dieser Familie oder bei dieser Person ausbrechen wird. Da wir aber noch keine wirklichen Mittel haben, die Alzheimererkrankung zu heilen, ist es eine Frage, ob man den Menschen es antut, ihnen zu sagen, du wirst dein Alzheimer bekommen. Also möglicherweise auch eine schwierige Botschaft, wenn ich aus so einem Gentest höre, ich werde das bekommen. Sie haben eben gesagt, man kann es nicht heilen, aber wir können eigentlich alle Demenzen ganz gut bremsen heute, mehr oder weniger. Wie ist es mit dem Vorbeugen? Was kann ich da wirklich erreichen? Der Leitsatz ist, die Therapie der Demenzen liegt in der Vorbeugung. Und die Vorbeugung beginnt in der Jugend. Da denkt natürlich noch keiner daran. Später mal eine Demenz, heisst das viel Sport machen, sich insgesamt, im Anführungsstrichen, gut leben, das richtige Maß aus Anspannung und Entspannung. Ist das der wesentliche Teil? Exakt so ist es. Die einzigen Daten, die wir gesichert haben, sind Daten über körperliche Bewegung, über Sport. Leute, die sportlerisch unterwegs sind, Leute, die nach Stress auch Ruhephasen einsetzen, Leute, die eine sogenannte mediterrane Diät als Hauptessen haben und nicht sogenannten Essensabfall essen von irgendwelchen Kettenläden. Das sind die Leute, die wahrscheinlich eine größere Chance haben, kein Alzheimer zu bekommen. Also Sport für den Körper ist wichtig, wie ist es mit Sport fürs Gehirn? Stichwort Gehirnjogging. Was bringt das? Das können Sie geradeaus vergessen. Kaufen Sie keine dieser kommerziell angebotenen Dinge, die helfen gar nichts. Training heisst Alltagstraining. Alles, was alltagsnahe ist, ist hilfreich. Alles, was alltagsfern ist, ist Unsinn. Letzte Frage vielleicht. Wie wichtig ist das Zusammenkommen mit anderen Menschen, soziale Verbindungen bis ins hohe Alter aufrechtzuerhalten? Entscheidend. Wir wissen, dass verwitwete, ledige oder vereinsamte Menschen viel häufiger Demenzen bekommen als Menschen, die sozial gut eingebunden sind. Also in der Familie, im Freundeskreis bleiben, zusammen mit einem insgesamt gesunden Leben, könnte man sagen, der beste Schutz vor Demenzen. Professor Gallofer, danke, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank.